Was ist jetzt? Das Ganze war umgestehen gewesen, um Multi-User zu zeigen. Soll ich die zurückstellen auf Graphical Targets, irgendwo bei Services. Ja, ähm, ja, weißt du nicht, das ist gut, dass die krasse Oberfläche ist, bringt automatisch an, allerdings, ja, seit eben, seit 10 Minuten, ne, und, ähm, kann ich noch nicht sagen. Da war da noch was mit Wesermode. Ich weiß nicht, was ich zum Sync. Horizontal Sync oder was? Über 775 sind er, sonst weiß ich auch nicht. ... Fugeal, No More Setverband in Bootleut oder was inzwischen zu essen. Irgendwie Teunkram. So, ich hoffe es gibt es hier, das weiß ich. Die Konfigurator ist noch ein Interface, ja, das ist auch nicht. So, ich hoffe es gibt es hier. 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 So, ich hoffe es hier.